Hallo und herzlich willkommen, Freunde der ungepflegten Wrestling-Unterhaltung zur Playhouse-Division. Ja, es ist immer noch The Road to SummerSlam und wir haben hoffentlich noch ein paar geile Matches vor uns. Der Opener ist bereits, sehr, sehr nice, das Reaper Girl gegen Denise. Match Nummer 2, Rachel Andrews gegen Shetauna und Miyu Hinozaki. Okay, wir haben die Sweet Bride diesmal gegen Deep Dive. Ich habe so das Gefühl, die Sweet Bride möchte sich hier gegen alle Champions durchmähen, um ihren Anspruch auf den Titel zu festigen. Und ich sage euch, das hat sie schon geschafft, ehrlich gesagt. Match Nummer 4, Rain gegen Beatrix Kiddo und als letztes wieder Cleopatra gegen die Celtic Beauty. Ich sage mal, wir schauen uns das hier an, einfach aus dem Grund, weil wir Shetauna noch nie gesehen haben. Das ist, glaube ich, der einzige Charakter, den wir noch nie gesehen haben hier. Deswegen schauen wir uns dieses Triple Threat Match an. Okay, hier gewinnt Denise, ganz klar. Ja, Denise ist einfach eine würdige Championess. Sweet Bride gegen Deep Dive tippe ich natürlich auf die Sweet Bride. Nein, in Deep Dive hat sie scheinbar ihren Meister gefunden. Das hätte ich schon fast gern gesehen, das Match. Okay, Rain gegen Beatrix Kiddo gewinnt... Ich sage, Rain macht das. Nee, Beatrix Kiddo tötet Rain. Und das ist mir egal. Ja, die Celtic Beauty. Ist leider kein Hauptherausforderer, es tut mir leid. So funktionieren die Matches bei mir hier nicht, wie ihr wisst. Es gibt kein automatisches Rematch. Und da geht's auch schon los. Ein Triple Threat Match und Shetauna, unser Neuzugang so zu... Wow, holy shit. Rachel Andrews mit einem... Was war das, ein Phoenix Splash? Das sah ja mal richtig krass aus. Shetauna kassiert erstmal vor der Möhre. Rachel Andrews und Mio Hinazaki standen ja schon mal in einem Match gegeneinander, das wir noch gar nicht so lange... Das noch gar nicht so lange her ist. Und damals hat... Wer hat eigentlich gewonnen? Hat Rachel Andrews damals gewonnen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube... Ich glaube, Rachel Andrews hat das gewonnen. Belly-to-belly-Slam. Und diesmal gewinnt das auch wieder Rachel Andrews. Au! Das Knie in das wunderschöne Gesicht von Mio Hinazaki. Und da erstmal dieser Knee-Clip von Rachel Andrews, die ja übelst schnell und übelst krass drauf ist. Also ich sag, Shetauna hat's hier definitiv nicht leicht, sich zu behaupten. Und Rachel Andrews holt erstmal den Sledgeheimer und prügelt. Erstmal liebevoll gegen den Allerwertesten getätschelt. Und... Dann frisst ihn Shetauna richtig. Nein, wieder nicht. Wieder nur gestreichelt. Was hat sie vor? Streichelt sie sie immer nur? Okay, nein. Never mind. Das sah nicht nur Streicheln aus. Aber dafür kassiert Rachel Andrews den Back-Suplex auf den Vorschlaghammer. Au! Also bis auf Mio hat jetzt jeder gut kassiert. Aber Mio... Ja gut, Mio ist ein schwacher Charakter von den Werten her. Ja, aber das heißt im Triple Threat Match halt gar nichts. Das heißt einfach gar nichts. Oh, und da prügelt sie erstmal mitten rein. Nur damit sie hier einen Mbella-Bass da raushauen kann. Und das wird gleich fürs Cover ausgenutzt. Oh, so halte ich für ein Gerücht. Dass Shetauna das zulässt. Und schöner Russian Leg Sweep hier. Na ja, so viel Covern halte ich für ein Gerücht. Da ist Rachel Andrews viel zu schnell auf den Beinen. Oh, aber da kommt schon der Signature-Move. Der Spinebuster von Rachel Andrews. Aber Shetauna steht natürlich direkt daneben. Und wollt ihr, glaube ich, das Cover wegnehmen? Wow, 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 wow. Langsam, Mädels. Eine Rolling-Seiten auf eine sitzende Mio und die... Oh Gott, und da kommt die Hurra-Kurana auf den Slideschammer. Die Mädels geben sich hier jetzt schon härter, als es jeder Superstar in der WWE oder ECW hier getan hat. Zumindest on-screen bei uns. Au. Was haut Mio hier für geile Moves raus? Und der Snap-Suplex hier auf den Slideschammer. Könnte den vielleicht jemand mal entfernen? Das geht sonst... Und da ist der Signature-Move fast wieder auf den Slideschammer. Und Shetauna zeigt an, dass sie das trotzdem gewinnen wird. Was halte ich für ein Gerücht? Oh, still alive, ja. Wow, was war das gerade für ein... Und... Ah, Shetauna zeigt ihr Comeback mit einem Superkick gegen Mio. Und Rachel Andrews hält sich erstmal zurück, weil sie weiß... Da kommt der Neckbreaker von Shetauna. Der ist definitiv krass. One, two... Aber da geht sie jetzt doch dazwischen. Das war ja zu risikoreich. Und ich sage euch, das hätte es durchaus sein können. Und Mio mit dem Dark Matter gegen Rachel Andrews, das Finisher. Kommt Shetauna rechtzeitig hoch. One, two... Gerade noch so. Ah, wirklich gerade noch so. Und da kommt die Standing Shira Nui von Shetauna. Da kommt ihr Finisher-Move. One, two... Aber Rachel Andrews kann es gerade noch... Die kommt gerade noch hoch. Holy shit, jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Finisher über Finisher werden hier ausgeteilt. Und trotzdem bekriegen sich die Damen hier bis aufs Blut. Also wenn sich die Herren an dem Match auch nur einmal ein Beispiel nehmen würden. Und da kommt der Double-X-Händel gegen Mio. Holy shit. Was wird das? Wow, was für ein Geil. Und schon wieder eine Hula-Korana auf den Slide-Chamer. Rachel Andrews kassiert hier echt ohne Ende. Und Mio will das Cover hier abstauben, aber das sieht Shetauna nicht so ganz ein. Und gibt ihr stattdessen ein Whip in die Ringecke. Der fast den Shiri flachlegt. Was hat sie vor? Sunsetflip Powerbomb. Allerdings ohne Cover. Möchte Mio das gleich ausnutzen? Nein. Aber ein Necksnap. Äh, ja. Das glaube ich jetzt nicht, Shetauna. Das glaube ich definitiv nicht. Schöner Sidewalk-Slime aber von Mio an der Stelle. Und da... Ich würde hier nicht in den Weg geraten wollen, Mio. Wenn hier der Sharpshooter angesetzt wird, wird er aber noch nicht. Okay, Mio. Äh, Rachel Andrews. Sharpshooter. Da kommt der Sharpshooter gegen Mio. Und die hat schon viel kassiert. Oh mein Gott. War es das? War es das? Mio muss sie aufgeben, muss sie aufgeben. Shetauna kommt irgendwie nicht hoch. Und doch, jetzt bricht sie das Cover doch auf. Oh Mio. Das hat sie aber gerade noch so ausgehalten. Ich glaube ein paar Sekunden länger und das wäre es gewesen. Und hier der Torpedo DDT von Rachel Andrews. Die geben sich hier die Divin, das ist unfassbar. Die Divin-Matches sind echt mit Abstand die krassesten. Was wird das hier? Wow. Was ein geiler Big Splash. Und da kommt wieder dieser Wrestling Slam gegen Shetauna. Cover sich das war's. Nein, Rachel Andrews kommt hoch. Jetzt ein Finisher gegen Rachel Andrews vielleicht? Nee. Stattdessen einfach ein Dropkick in den Rücken. Mio ist gerade ein bisschen verzweifelt. Die weiß gerade nicht, was sie alles zeigen soll. Und Shetauna mit dem Neckbreaker? Nein. Wird ausgekontert von Rachel Andrews, die so langsam richtig sauer zu sein scheint. Die ist richtig sauer und deswegen gibt's den Spinebuster auf den Slidesheimer. Warum auch nicht? Aber Mio steht leider daneben, um das Cover aufzubrechen. Und Shetauna will das Cover abstauben. Mio ist gerade... Was auch immer das jetzt gerade für ein Bug war. Back Suplex auf den Slidesheimer. Holy shit. Mädels, ihr könnt ruhig was überlassen von euch. Also ihr müsst euch hier nicht gleich töten. Die töten sich hier. Ohne Witz. Schaut mal, wie lang Rachel Andrews hier in den Seilen hängt. Die ist tot. Die Frau ist tot. Nach diesem Judgement-Slime. Das war jetzt mehr als überraschend. Mio dominiert hier. Damit hätte ich nie gerechnet. Was hat sie jetzt vor? Frankensteiner. Das sieht nach einer Huracurana aus Frankensteiner. Frankenkurana, was auch immer. Das Match ist wirklich awesome. Rush and Leg Sweep hier von Mio. Du könntest versuchen, Rachel einfach zu covern. Ne? Au. Dropkick. Alter, Finne. Mio. Ich habe das Gefühl, die will schon wieder irgendwas auspacken. Schon wieder diese Wrestling Mad Slam. Aber Rachel Andrews ist da, um das auszunutzen. Die nutzt das garantiert aus. Äh, aber in wie fern? Bin mich gerade nicht sicher. Okay. Das ist natürlich das Unsinn, wenn Mio direkt daneben steht. Und jetzt... Was ist das denn? Oh, ein Backbreaker. Mio ist am Dominieren hier. Aber das hilft dir nichts, wenn sie deinen Neckbreaker von Shadona kassiert. Cover sie. Das war's. Das war's. Shadona gewonnen. Und unser Neuzugang hat sich bewährt in einem unfassbar brutalen Triple Threat Match. Was die sich alles gegeben haben, da ist alles ein Highlight. Hier sehen wir zum Beispiel Muse, was auch immer. Was packt sie hier aus? Ah, okay. Aber hier packt sie ihren Russian Leg Sweep aus, den sie von Fandango geklaut hat. Holy shit. Was die sich alles um die Ohren gehauen haben. Hier der Judgment Slam, wenn ich richtig liege. Ne, das ist wieder dieser Slam einfach auf den Boden, Shadona. Die das Comeback ansetzt gerade. Da weißt du vor Highlights echt nicht mehr, was du zeigen sollst. Hier dieser Backbreaker, der, man sieht ja schon, wie sehr Rachel Andrews leidet. Und einfach, zack, dieser Neckbreaker. Und Rachel Andrews war noch nicht bereit dafür. Holy shit. Shadona hat das sowas von verdient gewonnen. Holy shit. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und gut. Bye. Bye.